Ja, lass uns irgendwas machen. Jiga, übrigens, guck mich mal ganz kurz an bei meinen Beinen. Ich weiß, ich hab's schon gesehen. Ach, jetzt sind wir doch wieder bei Mörder. Ja, er ist so rasiert, dass es sogar schon schwarz ist. Hä, bist du da raufgekommen? Ein Gillette, ne? Man kann auf den Spiegel springen. Oh, ich mach wieder dieses Lotto-Ding. Was ist das für ein Lotto-Ding? Man kann in so eine Maschine reingehen und dann hat man entweder Glück und man wird geschenkt oder... Ach, du meinst diese Fahrstühle da. Fahrstühle. Ich geh in die Mitte, ich geh in die Mitte. Ich will auch. Oh man, hier sind überall Leute drin. Nein, doch nicht. Alter! Mini! Wuhu, ich bin... Zum Glück bin ich da noch nicht reingegangen. Mini, ich bin unten. Kurz vor deinem Tod. Aua. Mega, hilf doch noch. Nein! Wenn das hier sich öffnet, dann sterbe ich wieder. Oh, wir haben gewonnen. Oh Gott. Was? Ich lebe noch. Warum? Ich habe gemacht, damit sie die...